Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Gebäckpressen. Das High-End-Produkt in unserem Gebäckpresse-Test geht an die Makato-Biskuits Rot. Kekse von Makato-Line Design ist ein süßes kleines Gerät für die selbstgemachte Biskuits. Kekse mit 20 Biscuit-Dees, jeweils für jede Gelegenheit des Jahres, kann dieser Maschine, für Kekse, zum Dekorieren oder gefüllt, wie Sie möchten, nach Ihren Tastes. Durch einfaches Drehen der Einstellgriff können Sie unterschiedlich große Kekse, Position, ein kleine Kekse, Position, zwei große Kekse, die Keksegerät ist einfach zu verwenden, ohne das auf dem Backblech mit Pergamentpapier oder Butter 20 bis 25 Liter. Kekse oder kleine Kekse 35-40 mit einem vollen Zywinderbelastung und einfach ausgepresst seine ergonomische Form aus lebensmittelechtem Aluminium eloxiert. Aluminium, farbig, die Oxidation, Farbgebung, damit keine Rückstände des Hebels an der Macht. Do. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Kaiser Gebäckpresse. Mit der Gebäckpresse gelingen Ihnen im Handumdrehen Plätzchen und Kekse in den verschiedensten Formen. Teig einfüllen, die gewünschte Motivschebe einlegen, die einsatzbereite Gebäckpresse auf das ungefettete Backblech stellen und den Handhebel betätigen. Der Preis-Leistungssieger in dem Gebäckpresse-Test ist die Rosenstein- und Söhne-Gebäckpresse. Gebäckpresse und Teigspritze für Spritzgebäck. Kekse-Garnierspritze zum Verzieren und dekorieren. 8 Aluminium-Schablonen, 8 Edelstahl-Spritzdüllen. Hochwertiges Edelstahl-Gehäuse. Spülmaschinen geögnet. Edelstahl-Gebäckpresse und Teigspritze für Spritzgebäck, Kekse. Garnierspritze zum Verzieren und dekorieren von Torten, Kuchen, Desserts, Speisen und vieles mehr. Ideal zum Pressen von kreativ geformtem Gebäck. Ideal für süße und deftige Zutaten Sahne, Cremes, Püree, Senf, Mayonnaise. Leichte Reinigung, sämtliche Teile sind spülmaschinenfest. 8 austauschbare Aluminium-Schablonen für verschiedene Gebäckformen, 8 Edelstahl-Spritzdüllen in verschiedenen Formen und Größen. Material-Korpus und Spritzdüllen-Edelstahl, Formscheiben-Aluminium, Edelstahl-Gebäckpresse und Garnierspritze inklusive 8 Schablonen, 8 Spritzdüllen und deutscher Anleitung. Plätzchenpresse. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.